Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Portal Stories, Mel. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, ich bin Mel. Ich habe mir mal einen Part komplett angeguckt von mir selber tatsächlich und habe herausgefunden, ja, den Charakter, den wir spielen, dessen Name ist Mel. Sehr gut. Wir können uns auch irgendwann mal selber angucken, würde ich sagen. Würde ich sogar sehr toll finden. Oder sehr praktisch. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, du hast auch lange herumgeforscht und hast es nicht herausgefunden. Ich weiß es nicht. Hat ein bisschen länger gedauert als ich dachte, dass ich darauf gekommen bin. Aber ich habe es geschafft. Die erste Level war damals mal mit zwei Würfeln sogar. Also da, da hinten, war noch ein kleiner Zusatzform. Aber, daher haben wir das nicht mehr benötigt. Oder wozu benötigt man überhaupt, ne? Und ja. Ach du, nicht noch ein Witzel. Oh, obwohl. Nicht zu fern. Na gut, doch ein bisschen schwer. Okay, extrem schwer. Wundert mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Und jetzt? Okay. Aha. 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 Äh, ja. Das heißt, wir packen das da hin und holen uns einen Würfel einfach, oder nicht? Also. Anders würde ich es jetzt nicht lösen wollen. Oder können, besser gesagt. Also dafür, dass ich da vorhin ziemlich lang gehangen habe in den Einlevel, muss ich sagen, war das hier doch im Vergleich schneller. Oh, ja. Die alle kommen nicht lang in den Einabschluss. Einabschluss. Oh, lieber. Nein. Hardlight Bridge Control Center. Activating. Hardlight Bridges. Online. Toxic Kinten. Low. From. Testing track. Limon. Whiskey. Rising. Infinity Bridge. 25 Minuten. I-I-I'm still working here. Seems like I've got to hack this thing. Come on, Wi-Fi. Don't fail me now. I've got a good signal strength. Oh, ha. Was ne Verarsche. Ja, aber das heißt Verarscher, was für ein... Ah, okay. Ja, auf, sicher. Hey. Hey, okay. Okay, die Würfel ist oben. Er sind hier oben. Okay. Na also. Aaaaaand. Ach, Moment. Erstmal, wo ich mit dem Portal hin... Und ich mach da einen. Richtig? Richtig. Dann hol ich mich hier... ...einen Würfel, den ich offensichtlich irgendwo schon hatte. Ja, never mind, ne, und so weiter. Ah, Mann. Und hier ein Würfel offensichtlich. Ah, nee, springen. Anpasse. Die wollen doch wohl nicht... Nee. Nein, nein, nein. Nein, das wollen die nicht. Doch, das wollen sie. Offensichtlich wollen die das. Okay. Ah, das heißt, ich hol mir noch den anderen Würfel. Wo ist denn der... Egal, wo ich mir halb mir liegt. Ach, da war der Würfel. Okay, ich hab's gerade verstanden. Das heißt... Ja, gut, dann brauch ich das jetzt doch. Moment, ich brauch das doch. Ähm... Genau. Ich hab's gerade... immer noch etwas zu tun. Okay. Nee, hä? Wie soll denn das... Oh, ich verstehe, glaube ich, jetzt, wie ich das machen soll. Mhm. Okay. Yep. Also definitiv komme ich jetzt schnell durch die Räume durch. Okay. Ja, ich hab jetzt voll durch die Räume durch die Räume durch. Okay, ich muss aber das erstmal umkehren, offensichtlich. Äh, was nicht geht. Oh. Okay. 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 Solche Löffel sind mir ja auch wieder so ein Krampf, ne? Oh. Okay. Soviel ist schon nicht immer ganz einfach, ne? Äh... Wie wär's denn, wenn ich mich erstmal da hinziehen lasse? Okay. 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 , Cool. Die. Soviel ist ja etwas weg, oder? What? Seit wann? Okay. Weil eigentlich, wie ihr seht, ist das ja nur bei denen hier. Aber seit wann machen diese roten Barrieren das auch? Das ist ja... Okay. Jawohl, das bringt mir ja gar nichts. Und mich killen die Dinger ja auch. Ah, Moment, hier ist... ...auch so... ...muss ich vielleicht... Ach! Manchmal bin ich aber auch nicht mehr vom Begriff, ne? Was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir das jetzt gebracht? Moment. Ach so, okay. 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 Hä? Das bringt mir doch gar nichts. Oder bin ich jetzt ja blöde. Ah, Moment. Ich verstehe gerade den Dreh an der Sache. Ich verstehe. Verdammt, aber dann kann ich ihn nicht mehr... Okay, Moment. Ah, Moment, Moment. Das kann sein viel besser. Weil jetzt komme ich in den Raum... aus... ...wie ich mir auch immer selber weh tue, ne? So. Jetzt komme ich nämlich in den Raum rein wenigstens, um... ...ich werde den hier zu holen. Und kann dann... Alter, wenn ich mir nicht so oft weh tue... ...diesen Hebel... ...oder... ...Schalter... ...öffnen... ...kann dann hier alles runter machen... ...und... ...kann dann, glaube ich, die mitnehmen sogar, ne? Das heißt... ...ja... ...weiß, wir brauchen da ein Portal, da ein Portal... ...durch nehme ich hier mit... ...und... Hmm... ...it seems that thing is using some... ...biological tracking to find out where you are. Get into the elevator to the next test. I'll need a little bit more time... Na gut. Dann will ich sagen... War das schon mal recht gut? Die Zeit jetzt über? Mal sehen, ob das so bleibt. Also... ...klar, ich bin immer noch nicht optimal mit der Geschwindigkeit. Ach ja, hier... ...kann ich ja schon die Sprungfelder. Aber mal sehen. Ich denke, wir in der Clear for a little bit... ...but... ...sOMEHOW... ...I CAN'T get access to the final target... ...or even learn what it is. Whatever it is... ...it's enough to cause this thing to blow up the Toxic Goop Hub Control down in the salt mines. Activate an Engageous Firewall. I... ...just tripped an alarm in that thing's mainframe. Heh heh... ...it completely locked me out. Firewall, eh? Fire... ...WALL. That just gave me an idea. I'm going to reroute some of the water to the AKIS servers. That should shut the firewall down. Target. One. Organic. One. Mechanical. Reacquired for termination. Security measures at 75%. Alert status. Red. Toxins from testing track Lima Whiskey. Contact with Enrichment Center Subbasin Level 10. Flooding procedures commencing. None. Not safe be enough. Yes. It Morris bolts. Just hit your foot. Enter 2 Ich weiß nicht, ob das so gelöst werden sollte, aber... Erstmal da einer auf den Fall. Genau. Und da ich da oben noch einen Wirbel habe... Hol' ich mir den doch auch. Ich bin ein wenig schockiert, warum ist... Hä? Achso, ja klar, die Brücke ist weg, weil... ... kein Wörfel draufsteht. Ähm... Achso, aber nicht so wichtig, wir können ja den Wörfel einfach so mitnehmen. So. So. Tramp-Panel öffnet. Wow! Du wolltest mich runter. Mal? Mal? Are you alright? Alert! Water detected at server level. Server damage detected. Reduced process and power available. Haha! The plan to flood the servers worked! I should be able to get you back into the testing track. Let me open these for you. Haha! Well, with those servers gone, I think he'll have a much harder time tracking our movements. I'm working on getting control of the elevators. So just, hold on, get through this test, and I'll get you out of here. Aha! 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 Okay. Okay. Achso, okay. Ich muss ja irgendwie rüberkommen. Hm... Ja, könnte klappen. Das heißt aber, ich mach nochmal vorher da das Portal und da. Und dann da. Vergesst, was ich grad gesagt hab. Und dann da und dann da. Ja. Na, obwohl. Da, ne. Ja. Okay. Ähm. Oh. 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 Okay. Nevermind. Da muss noch was geschehen, bevor ich hier rein kann. Alles klar. Hm. Aber ich brauch ja sowieso das. Nein. Okay. Das heißt. Den da hin? Genau. Ähm. Nein, 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 nein. Obwohl. Ich lasse uns da eben rüberziehen und dann lasse ich das so was total abmumpen. Wo bringen wir den Wöffel wieder her? Ah, voll. Ähm. Ähm. Ah. 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 Okay. Es ist anscheinend wieder ein schwierigeres Level. Dementsprechend. Ne. Was sah ich denn da? Ich kann einfach hier hin, ne? Warte mal, das heißt doch. Dahin muss ein Würfel, ne? Okay. Hä? Wo ist denn jetzt der andere Würfel? Ich raste hier noch am Rad. Ach, den hab ich wahrscheinlich mit runtergerissen. Ähm. Na gut, dann einen Moment. Und. Ich bin ja jetzt auch erst drauf gekommen. Wie man es will. Also, sorry, ne? So. So. Geh. Quatsch. Oh Gott, okay. Umgekehr, denke ich. Ist halt immer so eine Sache, ne? Und, ich glaube nicht, es war super, okay? Okay, ich weiß jetzt auch wie Moment So Das muss da dran Kleben quasi Ähm Moment, nee Doch, Moment, Moment, Moment Oh Gott, das wird Das wird jetzt richtig krampfig, okay Ähm, der Würfel wird wandern Okay Heißt erst so Und dann so Und wir haben's I got some control again There's another lift transfer down below Hold on Activating the elevator Now Elevator car 77 Test track direction compromised Alert status 100% Rerouting remaining servers to biological tracking Target lost Rerouting the elevator worked That got its attention Don't expect this to get any easier now Keep going There's an easy test track up ahead Maybe you can gain some ground on it Na gut, ich würd sagen Daher der Timer ausgelaufen ist Und wir auch relativ lang An manchen Regeln gebraucht haben Was ja irgendwo logisch ist Würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein Habt uns schon vorab Schöne Tage Ich bin raus Euer Serious Haut Und ciao A